Hey ihr coolen Socken, ich bin wieder back in Berlin, hinten liegt auch noch der Koffer, den ich demnächst mal auspacken muss, ich war ja jetzt einen Monat lang ein bisschen verreist und bin finally auf dem alten Setup zurück in Berlin und hatte direkt nach meiner Zugfahrt erstmal ein Prime League Game mit meinem neuen Team, das ist so ein kleines Streamer Team, das nennt sich Team 300, vielleicht kennen einige Leute. Dieses Team schon, es ist geführt von Clown Fiesta, 300 Clown Fiesta, das ist ein Twitch Streamer, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, Link ist in der Beschreibung unten auf jeden Fall verlinkt und das Team besteht halt aus verschiedenen Contact Creators, hauptsächlich deutschsprachig und wir haben ja, wir haben jetzt ein Prime League Team, wo ich jetzt dran teilnehmen darf und ja, ich wollte einfach mal ein, das Prime League Game teilen, was ich jetzt gestern gespielt hatte und ja gut, also die Conditions waren jetzt nicht ideal, ich, wie gesagt, ich war sehr lange unterwegs, ich hatte nicht geschlafen, ich war, ich glaube, ich habe zwölf Stunden mit meinem Bruder zusammen, im Bahnfahren mit 9 Euro Ticket durch Deutschland, zurück nach Berlin, kam dann hier 10 Minuten bevor das Game losging, komplett verschwitzt und alles an, habe hier noch fix das Setup aus meinem Koffer, alles rausgeholt, meinen ganzen Bildschirm und whatever, was ich ja mitgebracht hatte, oder mitgenommen hatte, als ich verreist war, habe den Quatsch hier aufgebaut und mich hier hingesetzt und und die Prime League Games gespielt, deswegen gibt es jetzt auch keine Cam und ihr hört einfach nur meine wunderschöne Stimme, das Game wurde auch gecastet vom Team vom League 300 Cast, das habe ich natürlich auch ab und zu mal ein bisschen mit reingeschnitten, das wird ein schöner harmonischer Wechsel sein, einmal aus meiner Sicht und einmal aus der Sicht des Kommentatoren, ein bisschen weiter des Casts und ja, ich hoffe, euch gefällt das Gameplay, ich hoffe, ihr freut euch, dass es jetzt in Zukunft auch ein bisschen, ja, Prime League Competitive Content gibt, es ist natürlich jetzt nicht komplett Tryhard, ja, klar, wir sind halt Streamer, ich bin, ich war eigentlich eingeladen zum Hauptteam, zum Mainteam, wo es dann eher wirklich auch um Tryhard und Gewinnen geht und um so gute Dynamiken einspielen und so, und dadurch, dass ich aber ein OTP bin und als Streamer auch nicht wirklich so viel Zeit habe, mich auf Prime League Games vorzubereiten und so, ist das einfach der beste Kompromiss gewesen, dass ich stattdessen jetzt im Streamerteam drinne bin von Typhoon und da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich daran teilnehmen kann, das hat mir auf jeden Fall bis jetzt sehr viel Bock gemacht und ich hoffe, euch macht es auch Bock und jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten, viel Spaß mit dem Video, lasst ein Like oder so, oder einen Comment oder so, schreibt mir, schreibt mir irgendwas in die Comments und wenn es auch nur ist, was ihr als nächstes esst, ist mir egal, ein bisschen Traffic für den Algorithmus da lassen, ihr wisst Bescheid, supportet den Boy. Habt Spaß und, äh, Couscous, wir sehen uns in meinem Stream. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome! Wanna see something neat? It'll be fine! Wir können die Anivia noch rausnehmen. Mittler, also für mich braucht ihr niemanden in der mittleren Bann, aber müsst ihr wissen. Das geht darum, dass Anivia einfach nervt. Ja, raus damit. Dann würdest Anivia und Orne einfach rausnehmen, no? Ja. Anivia stinkt einfach. Wir werden gecastet von uns, ja. Also von uns halt gecastet. Dann müssen wir uns ja anstrengen und keine Kettle Minions verpassen. Dann wird's wenigstens lustiger, Cast. Ari Mitte. Grinch Zoe Abuser. Das stimmt. Das seh ich auf jeden Fall. Seh ich. Ja, aber es ist ehrenlos. Das sieht mal Zoe Bann. Ja, musst du ja nicht schon sagen. Gegen den Champion will halt keiner spielen. Ja. Ich finde es kreis, dass die LeBlanc auch noch gebannt haben heute. Also ich bin topside weakside, probably. Also ich werde hier nicht mehr fighten können, aber ich werde nie wirklich pressure haben. Na, wir sind ja alle weakside, ne? Wir sind ja alle weakside, bis Sheep 1 Level 6 wird. Ich bin auch weakside. Ich AFK-Farm die ganze Zeit. Ja, ja, genau. Ah! What happened? My fucking Krux haben mich outplayed. Boah, meine Hände sind so schwitzig, ne? Ich bin den ganzen Tag Zug gefahren. Es ist super heiß gewesen. Shyvana jetzt hier. Also Typhoon hier jetzt erstmal mit dem ersten Drake. Aber das machen wir auch gerne auf Shyvana. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass der Vukan ihn einfach das for free nehmen lässt. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui nicht das war hundertprozentig absicht gut dass der hat für die wave gespielt die drei kämpfe und dann resette ich mir bot dann was man Ausstopisch sehen wir uns, oder? Der Turret ist supercharged, haut noch ein bisschen raus, aber leider nicht genug. Manuel gleichzeitig jetzt. Flash die. Oh, Kong-Ulti hat das natürlich gerochen. Silver Starver guckt immer noch. Gleichzeitig der Engage auf der Mitte. Cringe-Zoia-Abuser. Geht einfach hinterher, misst aber leider die E. Hat aber noch einen Ulti-Dash. Flash Q. Oh, die Q misst. RIP. Oh, jetzt hier aber Clown-Fierce. Der Clown-Fierce hat das Ghost. Wollte ein bisschen zu früh, um den CC da zu dodgen. Kann jetzt aber hier auch einfach draufrennen. Wird exhausted, aber das hilft Q-Ray nicht. Da ist jetzt hier der Wukong. Der guckt nach Manuel, Manuel. Stirbt an dem Burn. Vom Red Buff. Aber gleichzeitig Silver Surfer. Hat jetzt hier keinen Flash, keinen Klon, um jetzt hier irgendwie nochmal rauszukommen. Ein weiterer Kill ein Clown-Fierce. Das ist ein gefiedelter Drache. Also ich würde Full-Clean jetzt, Geist. Guckt, dass ihr die rauspushen und Slow-Push in euch reinkriegt. Baker hat keinen Flash, by the way. Ist ein Opfer. Im nächsten Teamfight. Oh, er ist Bot-Rain. Rennt, rennt, rennt. Rennt, rennt, rennt. Können wir wieder pushen, wir können Tritton. Ja, ja, go, 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 go. Ich hätte schon mal an und dann einfach... Rette dir einfach nur den Arsch, das Pustion. Sorry Boys, ein bisschen spieler ist das S-Fun. Oh, gar keinen. Gar keinen Ass-Fun. Okay, ja, die werden Drake nehmen und dann können wir hier Turret holen. Gleichzeitig Clown-Fierce und Soja-Büser nehmen jetzt hier den Mittel-Turret. Ja, der ist gone. Manuel hat überlebt auf der Borderline. Ich weiß nicht, ob das das Ganze so worth war. Jetzt hier den ganzen Midland-Turret, weil das waren ja 5 Platings. Oi, 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 Evil Geniuses wäre da fast mit dem Knock-Up getroffen worden. Wie sie? Ui, oi, 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 oi. Der Junge hat ja gar keine Angst vor den Minions. Gut, jetzt aber. Typhoon, schaut jetzt hier erstmal nach dem Invade in die Topline rein. Die haben gerade so viel Map-Pressure auf der Top, weil auf der Topline ist ja niemand. Die müssen Mitte-Base gehen und einfach... Cringe, sorry, Abuser sitzt da einfach. Der wartet. Wurrung ist top, ich komme aber auch zum Counter-Ganken. Wenn du ein bisschen mit Elkhoff spielst, bin ich auf dem Weg. Ja, ja, die... Lass, 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 lass Ur-Bot fokussen. Lass Ur-Bot fokussen, ich gneite den. Wie, sie hat aber noch keine Ulti. So, ja, Brüser ist jetzt hier aber zur Hilfe. Schramt den Ur-Gott. Ja, der Damage fehlt ein bisschen im Wukong. Der macht da, glaube ich, gerade gar nicht, noch nicht so viel. Und man kommt mit dem Leben davon. Progress, Arir-Roam an der Stelle, definitiv. Hat er seinem Top-Laner das Leben gerettet? Ja, aber er geht hier noch ein bisschen weiter rein. Hättet hier den Charme auf den unsichtbaren Affen. Er hat keinen Flash, der hat gar nichts. Er ist da dead an der Stelle. Reezy takt immer noch weiter in den Durit. Der hat immer noch solide 1k HP. Der macht das nichts aus. Evil Genius versucht hier noch einmal zurück zu traden, aber, sorry, Sion hat den Eifer-Outs-Geld bereits. Da ist Ende. Man, sie werden Reset haben, ich gebe einfach da mal davon aus. Pass auf, Ur-Gott kommt jetzt wieder hoch. Da fahrt man ein Item noch nicht. Ich bin on the way, ich bin on the way. Wenn die da wirklich committen für, sind die beide tot. Sender kann da hochmoven, Geist, ne? Ich bin jetzt erst... Okay, Sender Spotdance. Lass wieder Ur-Gott fokussen. Hab beide? Okay. Ich bin drei. Oh, schöner Charme. Danke. Okay, Sender Spotlane. Okay, ist fein, Sender, du lebst, oder? Oh, nee, du lebst nicht. Egal. Good death, good death. Ja. Typhoon und Ari sind jetzt auf jeden Fall ganz entspannt. Hier das Spiel am Spielen. Reezy wird erneut wieder gegankt. Jungs, das ist ein Sion. Der ist... Der ist weak-sized. Aber scheinbar interessiert das die Leute nicht. Cringe-Sorror-Abüse kommt da einmal direkt hinterher. Der Evil Genius ist jetzt hier ein bisschen in der Bredouille flashlos. Kann da einfach nicht mehr weglaufen. Eifon auf der anderen Seite ultet da noch einmal über die Wand. Der Charm hittet da an der Stelle. Der Weik... Oh. Vielleicht da von Maya. Vielleicht da noch einmal aus der Sion-Q raus. Aber... Alain? Oh. Er intet. Du ist raus. Ja, die feinten Wattlane, oder? Ja. Okay, ja. Schnell, Drake, weil... Weil Sion muss dann demnächst auch wieder hoch. Okay, raus, raus, raus. Brauchen wir nichts forcen. Dann lass Herald direkt noch mitnehmen, oder? Mr. Shyvana? Ja. Ja, ich gehe da hin. Oder du musst ja nicht unbedingt dabei sein. Wir können ja auch so einfach Herald reparieren. Ich kann auch Swain aber killen. Okay, Enemy Blue-Buff? Anyone interested? Ich habe 13 noch Sweeper. Typhoon geht unten rein. Vielleicht haben wir hier Deep-Words. Oh god, missing Top-Lane. Actually, ich stelle mich kurz noch hier rein. Falls Vega rotatet, oder sowas. Wir können, I guess, Krabbe und vielleicht Herald machen. Wenn jemand kommt, bellen wir die weg. Ich habe schon. Ich habe geflasht. Es gibt keinen Seel-Spaar, der mehr Satisfying ist als Silent Q. Den Blue-Auf brauche ich nicht. Ich kann Seri haben, I guess. Ich weiß nicht, wie useful das ist. Es ist scheißegal, Hauptsache, die haben den nicht. Der Rest ist doch nicht egal. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mitleine, der sich über einen Blue-Buff beschwört. Ich spinne. Die Menschen, die machen Herald, während ich auf der Bot den Spitbusche. Was machen wir denn? Wir machen den. Na, ich bin Perma-CZ. Okay. Yikes, my bad. Ich glaube, ich habe das Game. Ein bisschen getthrowed. Okay. Schwierig. Ja, sehr viel dafür. Egal, dann steamrollen wir sie wenigstens nicht komplett. Gucken wir uns nach dem Game nochmal an, I guess. Also, wenn ich mal für das Play-Round sehe, auf den Swain, dann dürfen wir halt High-Round nicht machen. Also, ich nicht für Swain oder ich gehe nicht. Oder halt. Ja, gucken wir nach dem Game. Das ist all right. Ari hat aber auch ganz gut Gold. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Wir müssen halt gucken, dass die nicht Sighter für Baron natschen, ne? Der Vega ist nicht da, wir können einfach machen, gell? Wir können einfach rein gehen, ja. Vega zu Kippen. Ah, Drake. Oh, aber drei Mann. Oh, aber drei Mann. Vega-Ulti ist raus. Vega-Ulti ist raus. Können wir uns noch fighten? Was meint ihr? Ja. Ja. Wir können... Ich glaube, wir können schon wieder für Drake machen. Ja. Ich glaube, wir gewinnen den Fight hart. Ja, wir können Drake und Baron. Ich hab Rack schon gemacht. Boah, schade. Ja, mach, mach, Drake. Mach, Baron. Ich hab Rack schon gemacht. Ja, mach, Baron. Ja, mach, Baron. Ja, mach, Baron. Ja, okay. Baron. gereicht. Da war einfach die HCC-Kombo war viel zu deadly. Ich glaube, hier ist es mir auf jeden Fall ein Jungler nach meinem Geschmack. Der sagt sich, Jungs, ihr macht Nash, ich nehme, ich counter Jungle hier. Prioritäten sind gesetzt bei diesem Mann, aber auch gleichzeitig Crayzor flasht auch wieder hinterher. Riskanter Flasht, aber der 2-Mann Vega Cage auf die Botlane macht er das jetzt auch einmal und da muss man hier den Nash höchstwahrscheinlich abbrechen erneut. 3-Mann-File-Nockup aus dem Burscherschein gehittet und dann halt instant Ulti und eine One-Deal zwei Minuten lang zu see oder ein bisschen eingefallen. Haben wir Baron Damage überhaupt? Ne, ne? Ne, wir brauchen halt Typhoon, ne? Ja, der kommt gleich bestimmt, oder? Ich komme hier nicht weg gerade, guys. I need maybe hit, ich komme. Ich glaube nicht, dass wir Baron Run gehen. Ich habe keinen Smite auch. Raus, 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 raus. Das könnte das Game wegwerfen. My bad. Leute, die sind uns doch noch vorgeflasht. Raus, raus, raus. Ach, keine Ahnung. Raus, 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 raus. Ne, ne, mach mal weg. Raus. Mach mal weg. Shit. Und fängt die Baron, I guess. Yes. Ich glaube nicht. Ich werde hier übrigens bootswapen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Im Dreckscage. Oh, jetzt aber Clown Fierce. Da lässt sich hier catchen ohne Ulti. Hat sie aber auch jetzt in wenigen Sekunden. Ulti da einfach durch die Weigerwand durch. Aber immer noch. Lebt da nicht. Besser gestoppt. Ah, der AD Carry hat ein bisschen geschluckt. Aber jetzt wird hier weiterhin reingechased. Jake, der AD Carry wird da von der Senna. Langsam, die hier in ihrem komischen Late Game angekommen ist. Aber jetzt. Reezy. Wo ist der Junge denn hergekommen? Aus der Backline. Kann sie auch an die Leute noch ein bisschen zezählen, I guess. Oder einfach die Senna mitnehmen. Jetzt hier aber nochmal der Creenish-Saur-Abuser. Dieses Mal kriegt mein Kraser down. Und ja. Aber mit den drei Dashes sitzt er jetzt immer noch relativ entspannt. Kann sie für noch einen Pick schauen? Wir haben anderthalb Minuten auf Saul, Jungs. Jupp. Wir haben Zeri auf zwei Items. Ich glaube, der kommt heute Drogen das hier ab. Warte mal. Ich kann topside gehen und dann für Drake-Tipp gehen. Ja, top-lane-Presher und dann haben wir für Drake über zur Situation. Können wir hier irgendwie holen? Ja, wenn du jemanden... Wir haben Scylen halt auch noch in der Base, ne? Ja, ist dran. Oh? Schau, was landen aber, ey. Aber dann kriegen wir hier irgendwas vor, oder? Ist das okay? Ja, geflasht. Raus, raus, raus. Oh mein Gott, dieser Cage, man. Raus, wenn's geht, einfach raus. Einen Punkt durch. Ja. Ja. Und jetzt kriegt der denn? Ist okay. Krass, wir haben noch niemanden gekriegt. Ja, weil die immer mit einmal für überleben haben. Aber... Sehr unfortunate, Digga. Als ob. Krass. Alright, Ben Mitter. Lass Baron warnen und dann gucken, ob wir einen Catch bekommen. Aber gut, ja. Das Spiel wird sich höchstwahrscheinlich ein bisschen verlangsamen. Beide Teams. Das eine Team hat gerochen, dass sie wieder reinkommen können. Das andere Team hat mitgekriegt, dass sie hier nicht mehr so dominant Alkabstief spielen können. Einfach wegen dieser Szena. Gleich hat nicht... Was labere ich da eigentlich? Direkt ist er wieder in einen Gage. Dankeschön ist er dann drei Leuten drin. Reezy auf den Weiger draufgegangen. Aber beide in der Backline neben noch. Cray low, aber immer noch am Leben. Sion, immer noch low, aber am Leben. Cray fällt da an dieser Stelle auch noch. Silver Surfer geht ja jetzt wieder ein bisschen zu tief rein. Wird vom Ari Charm gehittet. Stirbt da einfach am AOE dran. Razor. Razor aber immer noch am Leben. Genauso wie Maya. Die beiden muss man hier als Down kriegen. Das ist aber hier der Engage von Prince Zoribus. Er stirbt an der Stelle. Protect der AD Carry ebenfalls. Und jetzt Clown Fiesta ist am Counter-Jungle. Einen ist nochmal gestorben. Oh. Jetzt aber auch. Sion ist natürlich Down. Hat aber TP in 20 Sekunden. Obwohl da natürlich guter Schaden an den Mann gebracht wird. Man möchte das hier aber auf jeden Fall definitiv Contest an dieser Stelle. Wollte man nicht aufgeben. Gleichzeitig Clown Fiesta hat da direkt den Engage auf New Real Genius gefunden. Auto noch ein bisschen in die E rein. Man trifft aber nicht ganz. Na. Nächte hat man auf jeden Fall dadurch abgebrochen. Die Vision hat man sich jetzt aber noch nicht zurückgeholt. Gleichzeitig Clown Fiesta ist da ein bisschen aggressiv. Sitzt er da im Käfig drin. Das hier muss schon wieder Protect der AD Carry in seinen Arsch rettender Stelle sein. Ist aber da mit dem Knock-Up. Kurei immer noch low. Immer noch in seiner OLT ist. Aber schauen wir mal. Guter Knock-Up da von Reezy auf Kurei. Kriegt man da noch an der Stelle Clown Fiesta. Muss ich aber immer noch vorsichtig spielen. Er hat keine Ulti. Relativ low. Manuel hat sich da von einem Cage auch ebenfalls rechen lassen. Aber ich glaube das ist der Nash hier. Der auf dem rohen Papier ist halt so diese artische Wanne. Oder diese tankartische Wanne ist halt einfach. Oh. Ja. Tschüss. Tschüss seine Neude. Nash hat man jetzt hier an der Stelle. Clown Fiesta. Da ist er eigentlich fast noch die Zeri wieder reingeworfen ins Pit. Ai, 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 ai. Kritisch da. So wie wir es gelernt haben vom Nightmare Green. Gleichzeitig die Evil Geniuses versucht hier an Engage auf die Zeri zu finden. Ist ein bisschen mana-los unterwegs da bei einer Stelle. Und itemlos. Hat mal zwei Items. Gleichzeitig ist es hier. So ihr Biser zur Stelle. Die Ulti geht da ein bisschen fahr. Und der Knock-Up misst ebenfalls. Ja. Das war. Das war sehr, sehr gut für Manuel an dieser Stelle. Big Cash. Hat auch gleich höchstwahrscheinlich das Infinity Edge. Die Ws werden dann. Die werden wehtun. Die werden ganz, ganz doll wehtun. Gleichzeitig geht man jetzt hier aber noch den dritten Drake erneut ab. Aber man geht mit Nash. Ja. Ja, Botwave wird irgendwie allgemein von beiden Teams so ein bisschen ignoriert. Solange es nicht gleichzeitig ist hier. Der Dive auf Maya in der Mitte. Ai, ai, ai. Was ist das denn? Das sieht gar nicht gut aus. Maya kann einfach überleben mit dem Cage. So was zur Verfügung kriegt man jetzt hier aber auch nochmal an der Stelle. Reezy fällt ebenfalls. Charm geht weit von der Ari. Ari dash nochmal hinterher. Kriegt er an dieser Stelle. Wer war das? Razor. Lebt. Die Ari hat auf jeden Fall Bock. Jetzt muss man hier aber aufpassen. Urgott ist wieder respawned. Machen wir jetzt hier noch weiter rein chasen, ist die Frage. Ai, 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 ai. Die Ulti into die E. Und dann ist da auch ebenfalls Grinch. So, der kein Flash und kein Ulti hatte. Da macht man nix. Da ist es schwer zu dodgen. Gut, dann würde ich sagen, pushen wir Bot, oder? Und wenn die Deffen kommen, rotieren wir zu Mitte und Top und nehmen uns da die In-Labs. Wir sollten einfach halt Top-Lane-Slow-Push aufsetzen. Dass halt irgendwann jemand die Wave da annehmen muss. Und dann können wir von Mitte und Bot-Lane-Push spielen. Oder Top-Lane einfach gehen und ich hab TP. Oder so. Wir sollten nicht spitten, wir sollten einfach in die Enemy-Base reingehen und in die In-Labs holen. Wir sind gerade stärker. Wir sind gerade stärker und wir sollten keine Time wissen. Auf Senna, auf Senna, auf Senna, auf Senna. Okay, dann forsten wir jetzt fight. Wo kommen wir jetzt noch da? Oh mein Gott. One to back. Wecker, 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 Wecker. Hey, Clown Fiesta geht auch weiterhin nochmal rein. Einfach auf Crazor, der hat den Jungen gesehen. Und stirbt auch relativ schnell. Wird einfach gesthreddet vom Urgott. Gleichzeitig protectet AD Carry. Vier Mann Charme auf der Backline da ebenfalls. Manuel rennt da immer hinterher und macht jetzt hier einfach alle langsam und lang gleichzeitig. Tschüss, Ari. Ari wird auf halbe HP. Gelastetet, aber gleichzeitig Manuel. Rennt einfach die Leute runter. Gegen den kann man da, glaube ich, gar nichts mehr machen. Schaut euch jetzt an. Und jetzt kommt nochmal raus von Swain. Aber ja, das ist auf jeden Fall over an der Stelle. Ja, 600 Up Damage von der Serie W. Der Champion ist balanced. Deshalb macht der Rakan da auch tatsächlich Sinn so an der Stelle. Clown Fiesta. Ich habe den Wecker. Der hat GG. Was? Serie überlebt und dann endet. Der hat keinen Ulti-Charge mehr. Okay. Nice. Okay, end, end, end. Sehr gut. Schön. Schönes Ding, Clown. Den N-Gash habe ich niemals gesehen. Das ist das Game 1 gewesen jetzt hier. Guter Carry von der Serie da in der Stelle. Wir fingen die erste Runde aus. Team 300, oder zumindest das Streamer-Team von Team 300, hat es gewonnen. Aber es wurde ein bisschen knapper da am Ende. Okay, dann lass das mal flexen. Ist das überhaupt noch gut? Okay, warte. Wir kriegen Seraphine, by the way. Ja, dann pick Seraphine, go. Imagine. Janne kriegt Seraphine. Manu, wir müssen öfter mit dir spielen. Was ist gut mit Seraphine? Äh, Ash. Als mit Llaner. Ach so, als mit Llaner. Ja, in der Theorie Control-Mages. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, als Beispiel einfach... Ich habe Vega, Lux, Korki, Ari. Ari, Vega, I guess. Ari auf jeden Fall. Vega auf jeden Fall. Asir habe ich auch. Ja, wenn wir halt Spieler, Klammern, Spieler mit großem Champion-Pool hätten, wäre zum Beispiel Yasu, Diana, insane gut. Ich kann, ich kann Diana spielen. Ich kann Yasu spielen. Dann, let's go for it. Go. Ich kann mal AP-Top spielen. I mean, das ist einfach die beste Teamfight-Combo, die man halt so spielen kann. Musst du nicht. Wir haben Seraphine, Diana. Du musst keinen AP-Top spielen. Ah, stimmt. Diana ist ja. Ich wollte gerade sagen, und zudem kann ich notfalls auch auf AP-Bild umswitchen. Also gehen wir jetzt Diana ja so einfach. Ja, Mann. Wenn ihr euch darauf kompident fühlt, warum nicht? Ich habe Bock. Let's go. Ja, let's go. Ich habe auch Bock. Geil. Ich vertraue dir dann, Bruder. Wenn du... Ich habe noch nie Diana gespielt, war der, ne? Aber schaufelt das Night-Danger, Yasu, ne? Ich habe gar keine Yasu-Skins auf der... Oh, nee, dann darfst du doch keinen Yasu spielen. Ich kann auch Yasu auf der Wattland spielen. Ich habe Spirit Blossom. Ich habe Spirit Blossom. Yasu ist ja... Ich wollte gerade fragen, ob Manu nämlich zweifelzei auch Yasu spielen könnte, und wir den flexen können. Wir können hier noch On picken. Oh, gut. Ich habe Spirit Blossom, das sollte reichen. Ah, ne, okay. Stand im Busch. Okay, ich sage gar nichts. Ja, Seraphine ist jetzt wieder so erstgeführten Champion of Pre-6. McFree's mit der Weg auf jeden Fall. Auf entspannt. Wir haben jetzt gleich am Grump, aber ich komme auch. Wir könnten unten mehr so was machen. Keine E. Ich habe sechs Sekunden auf meine E. Es wird kein Flash. Okay. Habe ich? Ja, ja, ja. Hä? 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 Aber der... Dann hat Renata geflasht. Entschuldige. Willkommen da. Okay, okay, raus, raus, raus. Da bin ich in zwei. Okay, dann war es Renata, die geflasht hatte. Verschläft, wir verschläft. Wie gesagt, wir müssen hier nichts vorsehen. Wir müssen auch kein Drag stacken. Das war da. Wenn der besser Tempo kriegt, durch Wicke. Guck mal, ist es bei mir. Naja. Gut. Ich finde es aber interessant, wie dominant der Yasuo in der Mitte da spielen darf, weil eigentlich ist es ja nicht die beste Lane für einen Yasuo, weil der Victor kann ihn relativ entspannt häufig einfach out... Ja, einfach outrangen, outzonen. Aber gut. Das hier kommt auch gleichzeitig auch der... der Gang auf der Mitte vom Silversurfer. Hat aber keine Ulti zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das da so eine gute Sache ist. Ey, man zieht aber den Gang hier trotzdem durch. Yasuo Q geht ein bisschen wide. Und er kann sich hier aber doch relativ entspannt zurückziehen. Botlane, Flyer, Holtz, in der Dreck. Äh, Holtz, nicht. Na gut. Die Botlane ist missing. Hat Try gewordnet. Ich gehe einfach jetzt rüber zum Heroball. Alright. Liebe Sheen. Müssen wir uns beeilen. Victor muss eh B sind und hat auch keinen TP. Also ist Turbo chillig. Top-Man, am Motokra, so können wir das halt komplett an. So, eine Ulti gecancelt. Wo kommt es weiter? Okay, wir können auch weiter, maybe? Ja, wenn du mir Ult-Setup gibst. Geh, halt mal hoch. Ja. Rocket kommt ungefähr hierhin. Wieso sind beide weg? Ja, der eine ist über die Wand geflasht. Ich bin das. Oh, mein. Ist ein. Ja. Ich habe Red Buff, also ich heil mich einfach hier. Okay, das weiß. Wir haben alles bekommen für einen Killer, nur. Keine ist einfach zu braun auf dem Scheiß-Champ. Äh, die Willkong ist oben, er hat noch nicht Reset, er hat keinen Ulti. Das heißt, wir kriegen Drag dadurch. Ja, ich musste Reset, nur. Wir müssen gucken, Mann, Mann, konnte Potenzial gedivet werden. Wo er played da oben. Ne, der will, der will nicht gedivet. Okay, die haben sogar Holt-Repeat, fine, nice. Okay, wir können actually, wir können actually den Mitleid holen jetzt, ne? Ja, wir können den Komplett holen, Ballwey. Du kannst mitkommen, Yannick. Äh, ja. Haben wir Info über Wukong? Nein, glaube ich. Also, wenn du den Viktor genug habt, kriegst, bussen wir den kurz. Hier ist Viktor, wir können auch auf den drauf. Wir können beiwählen, ich bin Turbostore, wir können alles fighten. Warte, 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 tu, so, als ob du ihn nicht siehst. Ich bin T2 Mitte, ich bin gleich da. Oh, mein Gott. Ich bin auch trotzdem gleich da. Ich bin... Sehr gut. Ja, wir haben auch hier Sold, nein, haben wir nicht mehr. Ich hab, ich hab Ferold, ne? Ich hab Ferold. Ja, glaube ich war. Ich kann das letzten, sofort, top und den old. Ja, jetzt, Under-Attack-Plates, top. Yannick, hier, out-decken, out-decken. Ich will doch aber kein Gold-Sherren. Out-decken, einfach out-decken. Ja, du kannst ja dann weglaufen. Okay, jetzt ist ab, jetzt. Kiss dich. Ja, Gold krieg ich ja trotzdem. Äh, Renatas Mitte? Yes. Ich weiß, wer wo Wukong ist. Wukong könnte probably lane ganken. Ja. Ich kann Bot-Counter ganken, komm. Einfach rauf fahren, I guess. Wie gesagt, die Vision-Con hatte weder top-side noch bot-side ihn gesehen. Ja, kannst reingehen, actually. Ja, probably wanted. Go, 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 go. Du hast ja sogar Flash. Flash fälsch-Ult einfach, oder? Ja, Wukong ist da. Ja, super bad. Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich bin noch da. Chill. Los, klick mein Out. Kriegen uns nicht raus. Westen, beide Sums. Okay, stopp mich super bad. Ja, weil ich halt so gefealed bin, können wir es machen. Ist halt whatever. Ich wollt jetzt, ich wollt jetzt top-land-chert. Sollen kriegen wir das? Wir gehen nicht. Niemand Wichtiges ist gestorben. Ist fein. Hat auch jetzt weder ging. hey seid nicht so gemein okay auch wenn es witzig war er weiß doch wirklich nicht ist halt einfach nur dumm dass die so spät flashen und das geht sich das hat er einfach nicht aus draken 30 den wollen wir nehmen hat er da oben oben kein play oben kein play ich hätte den sonst ein bisschen auf long range gemobbt aber ja richtig ich bin der diktator ja die kommt für dich der mitte ja ich stalle einfach nach oben hin dann kriegt er da der rake einfach die details in da eh ich glaube ich glaube der weg ist weg doch okay geht raus dann geht raus dann geht raus dann in my bed ich habe wukong wukong flash ah 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 ich bin da wo ich bin actually der azzel ist tot go 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 nice mordekaiser keine ulti der wukong ist ultra low ich könnte vielleicht fighten wir können das fighten wenn du nicht schlecht bin mordekaiser keine ulti hat keine ulti kill jinx kill jinx auch schön nach links nach links ich bin auch langsam auf dem weg wukong 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 raus 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 was ich da wukong kriegt ein reset hat ein reset gekriegt nice jungs stark von euch äh ich gebe box mitte pushen nene mitte pushen und seinen kompletten jungler nehmen alles nehmen ich habe nicht gesehen dass du ulti hast ich bin nur mit meiner w hingelaufen und habe dem wukong reset gegeben weil ich dings noch ein shit geben wollte ach ja my bad kann nicht nailed my bad kann ich ja drauf achten alles gut hau zum schönen teamfight ähm wenn du grad nach vorne gehst verdammt oh das darf er eigentlich nicht machen hinter euch ist tipi huge hinter euch ist tipa hinter euch tipi hinter euch tipi er hat kein flash er hat kein flash er hat kein flash er ist über die wand geflasht er ist über die wand geflasht er ist über die wand geflasht wir sollten das nicht fighten einfach raus rauszukommen bis raus ne ich höre mir unten töten dafür ich höre mir unten töten ich höre mir unten töten guck dass du mich töten dafür kriegst ja also ich bin dead ja fertig oh oh ok du bist doch dead schade ich dachte ich rette dir da noch das püppelchen ne die mordekante eh hat meine hat die death count gecancelt heisenwall wards i go red ok es sind 3 topside gewesen also eigentlich solltest du den tower da for free kriegen ja ja hab victor geholt wukong und renatal movem jetzt runter also probably seit 5 sekunden in 10 sekunden kann ich runter tipi hin ne wir gehen mit herald und mit der push herald mit der push wir laufen erst nicht hinterher ja 10 sekunden vielleicht schildert er noch einen ja kommt jetzt zur ray fieler rocke kommt ungefähr hier ah nice toy äh der overstater by the way auch ich hab eine queue komplett drift der hört doch hier um ja ich hab halt noch red buffets den kannst du nennen ah herricks die spawnen t nachdem der tumkenscher seine queue getroffen hat man poked es hier noch so ein bisschen aber jetzt der mordekaiser ein bisschen ein bisschen deep jassur blockt erneut die sreal ulti die sein team poken sollte den macht er gut und macht er jeden fight bisher die sreal ulti komplett einfach negieren die aber silversurfer erneut wieder auf dem flank oh sie geht da ein bisschen deep rein um einen knock up of curate zu kriegen aber kriegt er leider da nicht ganz und stirbt bevor der drake spawnt ich hab leider keine mods mehr äh ich geh hinten rein ich geh hinten rein und flank die von hinten okay ich hab den wukong ich hab vier mann da wukong im kit wukong im kit wukong im kit aber naja schauen wir jetzt mal was hier gemacht wird ein mordekaiser hat seine ulti wieder zur verfügung wukong ebenfalls in ein paar sekunden das wird er auf jeden fall hier ein sehr sehr kritischer nash aber dieser ulti und der jasuo die hielten einfach alles gesamte gegnerische backline wurde in die luft gejagt ein silversurfer ist jetzt hier ist ihn allein in der backline jasuo flasht er noch einmal drüber gleichzeitig evil genius ist das immer noch im one in one mit manuel manuel kann das leider nicht ganz kiten wird er von mordekaiser abgeholt aber sein team tradet ihn zurück jetzt chaset man hier maybe nochmal die renata na macht man doch nicht aber die wombo kommen wir auf jeden fall schon mal zu sehen nochmal sehen den fight sehr sehr gerne schauen wir jetzt das an jetzt hier den turm einreißen zoom auch noch ein bisschen raus jasuo heated direkt die q da am anfang und da manuel hat fast protector ad carry übrigens umgebracht er hat fast seinen eigenen mate da in der renata ulti umgebracht war ein sehr sehr schneller fight wukun hat leider nicht seine ulti vernünftig rausgekriegt habe ich das gefühl ich glaube mein item actually wir sollten gucken dass wir top lanter oder das aus nächstes nehmen wir retweet nicht over stand wieder nicht over stand wieder hier ist ein tp aber danke ich höre auch grad flashen äh victor flash raus er ist all good ich bin fine einfach raus hier ja die werden baron machen wollen aber also beitert euch mit den resets ich kann die ich kann die maybe flanken sogar ne ich habe sicher nicht so nein lieber nicht sicher ist sicher also ihr könnt resetten oh nein ich bin doch bei 0,3 sekunden ich bin auf dem weg aber ich bin noch weit weg also diana ult jetzt also musst du wissen aber ich würde aufheben für mich muss halt vor mord aufpassen dachte ich kriege ihn auch noch mal mit ei 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 aber jetzt hier mo abdel jassu beyblades er geht hinterher hilft er den nado das ist jetzt hier die frage er zielt für die wand die wand hat es aber auch verdient das hier wird noch mal ein bisschen weiter gechased cute über die wand silversurfer ist hier ganz alleine hat keine ulti keinen flash und auch keine w um hier irgendwie über die wand wieder zu kommen ja ja das war ein clean gespiel von jassu der formel jassu abuser my bad hier sind noch zwei leute 1 hp ja ich kann nicht ja gut wo komm ich noch hier red buff chicken sind ab wenn ihr die haben wollt wenn ihr die sie und dann wir werden machen den 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 die 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 Ja, ihr habt ja keinen Schaden, ne? Bisher? Also außer in eurem Kopf Konsekunden nach Dabeo? Digga, heute war Freestyle-Rapper Ah! Oh! Nicht schon wieder ich! Naja, aber der verstärbt der Molle Oh shit Was heißt hier alle auf mir gerade? Bin ein bisschen low, I'm gonna be honest Äh, wir kennen Drakken 50 malen for free Oder halt, wir gewinnen aber jetzt Einfach Bands, I guess Ich hab die Jinx einfach reingebracht Zu allem Ja, ich glaub, hättest du mich nicht gerätet Ich werde jetzt sogar schneller, ne? Ah, ja okay Aber so hast du noch ein Schild bekommen Sehr schön Nice GG Und du warst in einem Froschmump Ja, also extra Ist mal kurz angeleckt worden Kannst du es in deiner Twitter-View schreiben? Okay 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 Sehr schön Und die 50 Gold Die brauchte ich für ein Item Ja Alles Schönes 2-0 Jungs Yo Wen wollt ihr im Interview haben? Mit ADC Also den Yasuo hätte ich persönlich sehr sehr gerne dabei Und Manu ihr, ja das ist true Moinsen Moin Moment, lass mich kurz gucken mit wem ich hier Okay, mit einem Ja Hallihallo Geht Setz erstmal zu den beiden Spielen, ne? Habt ihr sehr sehr schöne Habt ihr sehr sehr schön gespielt Ist jetzt natürlich die Frage hier am Ende Showmaker Live fragt im Chat Können wir das bitte festhalten, Mosfetch? Yasuo ist ein Griefer Was sagst du dazu? Ah, ich gebe ihm komplett recht auf jeden Fall Yasuo ist einer, also ich bin ja Zoe OTP Also ich habe ja nicht den größten Champion Pool Ich habe ein, zwei andere Champion, die ich sehr enjoye Yasuo ziert zu den Picks, die ich eher aus Smurfs abuse, sag ich mal Weil die einfach super viel Fun macht Also es kann auf jeden Fall sein, dass ich sehr sehr viel gemisplayt habe Yasuo Mains werden sich bei meinem Build wahrscheinlich auch die Augen auskratzen wollen Aber ich hatte Spaß und es hat ja auch irgendwo funktioniert Also ja, passt doch Ja, hat es definitiv Also die Cues sind ein bisschen wide gegangen dann und wann Aber das war ja, am Anfang hast du ja einen ordentlichen Lead generiert Ja, die Achi war ja im ersten Spiel auch relativ clean, würde ich behaupten So wie OTP, möchte ich an dieser Stelle anmerken Hat da auf jeden Fall den Weiger gut im Schach gehalten Dankeschön Jetzt hatte ich noch eine Frage hier an den Clown Fiesta Auf einer Skala von 1 bis 10 Wie viel sind hier gegnerische Jungle Cams wichtiger als der Nash? Ja Also, ja Ich habe jedes Mal gesehen, Teamfight gewonnen, zwei Picks geholt oder sowas Und Typhoon sprintet, den Rest des Teams rennt zum Nash oder zum Objective Typhoon ist da Jungs, mach das Sonst kriegst du halt nicht die 10 CS per Minute, ne? Das ist true natürlich Auch so diesen 3K Gold Lied, den du so jedes gameplay hattest Der kommt ja nicht von irgendwo her, sag ich jetzt Naja, aber beim Nash, also das war schon Hard Grief von mir auf jeden Fall Hätte die Games auch was geben müssen Das ist ne echte Clown Fiesta, ja Typhoon möchte nur sicher gehen, dass wir die Late Game Spikes erreichen Und dann richtig schön Spaß haben Das zweite Game war ja ein bisschen zu schnell Nächstes Mal gucken wir, dass wir den Baron wieder ein bisschen delayen Das stimmt, das stimmt